Hauen wir hier alles keine kleine Angst-Session rein, ach da bist du Kamerascheu Ah, da bist du Loil Loil, wirst du Alter Lampenfieber Mann, ihr habt plus 9 Equip, ey total total immer Jorek kennst du mir leid Ja, ich hab kleine Fische gefangen Ja, die Summe Reck geben So, geh dir Was steht da? Lowere Personen findest du nicht, loil Äh Peace Ich glaube jeder will auf Youtube sein Yeah Auf jeden Fall, warum Ich werde sie nicht neahmendlich erwähnen, weil Aragon und ich schlagen den ganzen Profit da raus Äh, 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 ne? Nicht, dass ihr irgendwie denkt, ihr werdet wichtig Ha! Genau, wir sind einfach nur Loops davon Ah, verreckelt, ich seh'n Level Loil, 90er Ninja ist da hinten grad über die Brücke geraten Ah, ich dachte Junge, jetzt hab' ich die Angel eingezogen, weil ich dachte, bei mir wär' her für scheiße Ich hab' von meinen 100 Würmen noch 89 und nicht eine Sache geangelt Ich hab' 200 Würmen Scheiße Ja, die kosten eh nur 2k, also von daher Ja, ich hab' die aber nicht gekauft, ich hab' die gebraucht Ja, geil Würmer What? Achso, aufgesangt wieder bei irgendein Penner, die weggeschmissen hat Weißt du was? Ah, verdammt, wenn man mit der Maus irgendwo hinklickt, dann holt er das ja auch, äh, holt er ja auch die Angel ein Fuh, ich will die Spinneneaugen haben, gib's, gib's dir her, so Jetzt benutze ich kleinen Fisch als Köder BAMS, damit muss ich irgendwas gescheitzt angeln Ich hab' einfach nicht die Ruhe wie ein Aragorn Yeah Könnt's aber auch kleine Fische benutzen Ey, Digga, seh' ich grad im Chat Lol Ey, komm, ich will nur eine einzige Sache Ey, ich werd' ohne Scheiß mein Löp plus 7 abmachen Und wenn der kaputt geht, dann Fisch Nein Es sah aus, als wäre Goldring am Oh, Scheiße Vielleicht hätt' ich nen Goldring geangelt, der ist 100k wert, glaub' ich Verdammt Äh, jo, 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 ja, 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 schade Ich glaub', ich werd' gleich erstmal wieder so'n kleinen Cut machen, um Weil's mich auch gerade interessiert, wie viel wir schon aufgenommen haben Hey Ja Mal gucken Verrecke Ey, ich will mal gucken, ob dieser eine Bug geht Lol, guck mal Der funktioniert Hab' gerade SK gemacht, also es ist einfach weitergelaufen, ohne dass ich ne Waffe anhatte und Nein, bei Aura sieht das geil aus Du kannst machen, zieh mal dein, gleich mal deine Waffe an Mach mal Aura und im selben Moment die Waffe ausziehen Wenn du's richtig machst, dann hast du Aura an der Hand, siehst die Angeln an, hast du Aura an der Angel Das sieht so geil aus, so Das ist voll verbuggt dann Und sowas fixen die doch eh nie im Leben, also es müsste eigentlich noch gehen Du musst halt im richtigen Moment rechtsklicken auf die Waffe, dass es im Inventar liegt und dann Im selben Moment Aura, mach das mal Ja, mach ich gleich mal, ich will eben meinen letzten kleinen Fisch da verschwenden, mal gucken, ob's klappt Ich muss mir das nochmal gleich genau erklären und dann mach ich's per Anweisung Ja Mal gucken, ob's in Ordnung Richtig so, so, so Cranker-Scheiß So, boah Okay, dann würde ich mal sagen, schieß los Was soll ich tun? Warte Äh, ist ein Laban gegen Puuu Ähm, also zieh mal deine Waffe an, ganz normale Kriegssense oder so Und dann musst du halt, warte, ähm, du hast jetzt deine Waffe an, so Und jetzt, äh, mach das wie ich zum Beispiel, du hast dein Aura ja auf einer Taste Jetzt, äh, also du hast halt jetzt den Finger auf einer Taste und so und du musst das beides gleichzeitig machen Ähm, Aura drücken und ja, genau so ungefähr, nur das war jetzt falsch geteilt Dann die Waffe ausziehen und wenn du's richtig machst, dann musst du eher, also so und dann komm mal bei dir Also bei mir ist jetzt das Counter, machst du so Und dann läuft die Fertigkeit weiter und deine Waffe hast du dann ausgezogen mit Rechtsklick drauf Also rechts, also die Maus über die Waffe dann Rechtsklick und die Fertigkeit im selben Moment Wenn das richtig klappt, dann, yeah, wir sehen fast gleich aus, bis auf die Haarfarbe dann Äh, macht man diesen Aura-Bug halt Ich wette es, hagelt Kommentare unter dieses Video Ja, komm, kannst nicht angeln, du Behindertag Alter, ich hab nicht eine Sache geangelt, scheiße Ich hab schon so einiges geangelt Oh man, ich will doch nur eine Gräte Ja, auf jeden Fall, siehst du dann voll stylisch aus mit der Angel, so Du willst eine Gräte, kann dir drei gehen, du willst Ja, hast du Gräte, oh man, den hätt ich gar nicht angehen braucht Ich hab drei Stück So, ich muss mal meine Esoterika-Fie- LOL, ich hab ohne Scheiß 40 Esoterika-Fie mit Plus und 16, äh, normale Lass mich in Ruhe, du Ruf! Oh, die Behinderte! Was wird, wird... Alter, du Behinderte! Oh, die Behinderte! Verrecke! Verrecke, du Behinderte! Stopp! Ah, nee! Ja, komm, ihr hilft uns, ja, man! Ähm, komm, stopp! Oh, Alter! Boah, die wird ja zu übel, ist dummiert, ey! Alter, jetzt kloppt ein 71er drauf, ich war das nett! Doch, warst du dumme Schlump, oder? Alter, ja, sieh so... Ich hab nichts gemacht, tot! Nein, 71er und eine 70er! Eilige Angel! Sooo, jetzt greift sie uns wieder an! War es nicht! Verrecke! Ara? Jo? Gib mal Grete! Please! Ich schreib jetzt alles, was ich sag, weil, ne, es kommt dumm rüber, aber hast du echt eine gehört! Ich geb dir dafür, ähm, 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 äh, ein Talisman! Hä? Kannst bestimmt zwar nichts mit anfangen, aber... Egal, ich brauch nur eine einzige, Grete. Du kannst mit, ähm, der Taste da, Übersteuerung, kannst du, also sie sind ein Pfeil nach oben, Kannst du gedrückt halten, dann Mausklick darauf und dann kannst du Gegenstand teilen Also kannst du da einen von abziehen oder so Falls du mir nicht alle drei geben willst Ja, ich kann dir alle drei geben Ja, oder alle drei, das wäre natürlich auch nett Scheiße, was soll ich mit Toten Zandern Ich brauche die Dann verlang ich doch auch was, ja Ja, du verlangst Oder warte, ich habe, scheiße, die Reitkarte sollst du eigentlich nicht bekommen Aber ich habe Schatztruhen für dich Kannst du öffnen oder für, ich glaube, 100k Verkauf Ich brauche die nicht Und habe auch keinen Schlüssel dafür Hast du einen silbernen Schlüssel? Mh, mh, mh Ja, Ara, bitte Oh, geil, das war ein gutes Tauschgeschäft Ja, auf jeden Fall So, jetzt soll ich das echt beim verkackten Gildenschmied uploaden Äh, uploaden bin ich behindert Äh, verbessern, upgraden Ähm, gut, ich glaube Dann werde ich mich nochmal Ah, gut, ich wollte ja nochmal gucken Lebt mein Pferd überhaupt Das würde mich gerade echt wundern Nein Es liegt dort in der Luft Siehst du es auch? Ja Scheiße Es schwebt Oh, ich kann zaubern Kacke, es ist tot Gut Dann muss ich wohl zu Fuß laufen Und oh, hier hat einer einen schicken Laden auf Der verkauft Schokolade und Rose für 2,3 Mille Boah, viel zu teuer Ist der bekloppt Ach ja, ich wollte meine Rose noch öffnen Aber ich habe keinen weiblichen Charakter Das ist ein bisschen fail Moment, gibt es da überhaupt einen Rüstungsschmied da irgendwo? Ja, gibt es Ey, soll ich den echt upn, mein Lepp? Wenn der klappt, ist es natürlich geil Aber wenn er failt, dann Ich wollte mir gerade Steine kaufen, aber Ne Erstmal warte ich Guck mal, Gammelschmied Gammel Das schmeckt wie Döner und Hä, Döner ist ganz lecker Voll der Gammel Geil, ne Gammelfleisch Ja, nee Eigentlich ist sie ja eigentlich Döner ist ja gesund Soll ich mal gucken, wie viel ein Durchschlag zieht BAMSEN! 1025 nur Naja, komm Ne Ist okay Ich könnte auch mit meinem Level mit Durchschlag schon 4k ziehen Allerdings bräuchte ich den Rec plus 9 mit Monster plus 4 Über 15 FKS und Durchschlag mindestens M1 Ja gut, 4k ist ein bisschen übertrieben Da bräuchte ich schon Skills für Also mal gucken, ich hab Ey, was soll ich mit einem Bambusschwert verreckt Puh, ey, weißt du, wofür ich jetzt hab, den Löpp zu up'n Deine Sense war ja vielleicht ganz witzig Plus 5, aber Löpp plus 7 Dann glänzt er schon fast Soll ich den echt up'n? Ich will's unbedingt machen, aber ich hab ja auch Zu dem kaum was zu verlieren Ja gut, doch schon Der Löpp ist Da ist der Rüstungsschmied Der Meister allen übelst Ey, soll ich das machen, Ara? Ja, er macht das Wir wollen das mal spannend gestalten Ey, wenn das jetzt klappt, ne? Scheiß, ich kack so ab 200k Ey, bitte, versag nicht Du musst klappen Bitte Ey, möchtest du fortfahren? Nein, ja, ja, nein Ich bin mir echt nicht sicher Mach Oh, mein Herz Nein, es hat versagt Scheiße Oh, so klar Wichst, Schmied Warum war das so klar? Dieser Affe 200k bezahlt Für nichts Leute, komm, bis jetzt Nein, nicht abgebaut Ich hab ein Part beendet Wieso ist das jetzt mal hier Verbesser Nein, äh Ich kann mir die nicht mehr sehen Ja, so ist das Scheiße Man hat seine Höhen und Tiefen Ich hab jetzt Tiefen Ey, woher? Ey, du hast einen T-Plus-3 Geil T-Könnte ich Aber da braucht man Bär Geil! Nein, ich hab nur eine einzig Hast Du hast nicht ganz zufällig Eine Bärngalle, oder? Ich hatte eine Aber hier Ist mir so göttlich Ich hab eine Und man braucht zwei Für plus sieben Weil sonst könnte ich den Eiskalt hintereinander Auf plus neun abben Das wär kein Problem Also auf plus acht Mindestens Aber mir fehlt da Noch eine Bärngalle Ich hab Gräten erhalten Gräten erhalten Durch den Zamba Ja, geil Ey, ich würde sagen Ich setz jetzt erstmal einen Cut Und ich verprügel diesen Äh, Neja Verrecke, scheiß Gelber Warte, ich will mithelfen Ich will mithelfen No, ich ziehe ihm Achtung Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Ah Er macht Damage Bämst Dem ziehen wir eh nichts Der ignoriert uns doch voll, ey Bämst Du bist fast tot Nein Shit, 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 shit Und jetzt ist auch noch Mein Lab kaputt Das heißt mir fehlt Death Nein Er darf dich nicht Killniss erbehindert Mach Start neu starten Wenn er dir Dauerkill gibt Ähm Ja Aragon ist wahrscheinlich Das nächste Mal wieder dabei Bei Beteen Und Mal sehen Äh, wie soll Ich würde mal sagen Bis zum nächsten Mal Denn jetzt will ich erstmal gucken Äh, weil ich glaube Meine Festplatte ist ziemlich voll geballert Das kann jetzt eigentlich nur noch lägen Weil, äh, Speicherplatz Und das heißt wir haben Sage und Schreibe Ähm, hier nicht ein Fertigkeitsbuch Äh, fünf, äh, ja 500 Gigabyte ungefähr wieder Vollgekleistert Naja Du Wichser Du Wichser Ich hasse dich Du Wichser Du Wichser Du Wichser Du Wichser Du Wichser Du Wichser